Ich bin total up-to-date, was Musik betrifft. Das da ist moderne Musik. Ich bin total up-to-date, was Filme betrifft. Hier habe ich ein Plakat hängen, das will ich euch jetzt zeigen. Yeah, Star Wars. Ja, ja, hehehe, hehehe, bumm, und schießen, und schießen, das ist cool und so modern. Du wirst verklagt werden. Was? Wer bist du denn? Wer ist denn das? Auf 2 Millionen Euro, weil du in diesem Video Copyright-Material verwendet hast. Mach, dass du wegkommst. Ich bin der Copyright-Schützer. Komm nicht näher. Der Copyright-Schützer. Hehehehehehe.